Ich wünsche Amnesty zum 50. noch mehr Unterstützer, noch mehr Menschen, die begreifen, dass das, was damals versprochen wurde, 48, kein leeres Versprechen war, sondern ein Versprechen, was wir halten müssen. Und Amnesty kann uns einfach dabei nur helfen, die blinden Flecken sichtbar zu machen, den Menschen eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben. Und dafür braucht es den Einsatz von uns allen. Dafür braucht es unsere Solidarität und dafür braucht es unsere wachen Augen und unsere wachen Ohren. Und da wünsche ich uns allen, nicht nur Amnesty, viel Glück.